Jemand muss dir auf jeden Fall sagen, bist du der Mörder? Nö. Dann können wir das noch retten, Elli. Dann können wir den Tag retten. Wir sollen den Tag retten, ja? Meinst du? Ja, das ist der, der hat so einen grauen Roblox-Hoodie an. Oh, cool, ich hab ein Versteck. Hey Leute, was geht? Heute in Murder Mystery 2. Elli, hast du Bock? Ja, Mann. Also, es ist auf jeden Fall schon mega lange her. Richtig, das stimmt, das stimmt. Es ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ich frag mich, wieso haben wir es eigentlich nicht mehr weitergespielt oder nicht mehr so oft gespielt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, wir schnacken nicht länger, wir gehen rein. Ja. Oh. Okay, wir, ja genau, da steht nämlich Waiting for your turn. Das heißt, wir müssen jetzt hier warten, was als nächstes oder welche Maps gleich kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob es neue Maps oder so gibt, aber ich weiß nicht. Ja, das werden wir gleich erfahren. Aber ich glaube, wieso wir das Spiel nicht mehr gespielt haben, liegt einfach daran, weil wir schon ganz viele andere Spiele wieder gespielt haben. Es gibt einfach so viele. Oh. Nee, es ist immer noch das Gleiche. Oh Mann, ich finde, es könnten schon mal neue Maps kommen, oder? Ja, es könnte ein kleines Update auf jeden Fall kommen. Genau, ich würde auch mal sagen, nehmen wir einfach Office. Ja. Oder, was meinst du? Ja. Oh, nee. Da, Office, genau. Okay, ja, Office gewählt. Und die Map, die lädt. Wuhu. Sehr, sehr gut. Ja, hier ein Phönix einfach, okay, crazy. Oh. Okay, so. Oh, die tanzen immer noch weiter. Lol. Bye. Achso, wir sollten uns verstecken, ne? Donny? Was bist du? Ja. Was du bist? Ja, nichts. Wieso? Allein, dass du jetzt so lange gebraucht hast, um zu antworten, ist schon sehr... Wieso? Was bist du? Auch nichts. Also unschuldig. Ja, ich auch. Hallo, kann ich dir die Tür geben? Ich glaub dir da nicht so ganz, das war irgendwie sehr verdächtig. Nein, ich bin der Sheriff. Echt lange nicht gespielt. Bist du wirklich? Nein, safe, ich bin der Sheriff. Nein, wenn du der wärst hättest du das gesagt direkt. Nein, safe, doch, ich bin wirklich der Sheriff. Ich hab kurz überlegt, ob ich's nicht sage, aber dann hab ich mir gedacht, ich werd's auf jeden Fall sagen, weil, ähm, wenn du nämlich den Mörder siehst, dann kannst du mir direkt sagen, wo der ist. Ja, ich weiß nicht so ganz, ob ich dir da glauben soll. Nein, doch wirklich, du kannst dir vertrauen. Ist das der Mörder? Du kannst dir vertrauen, Elli. Bist du der Mörder? Wer? Nein, bin ich nicht, nein, wirklich nicht, Elli. Bin ich doch, ich meinte die Person, die ich da gesehen hab. Wie sieht die aus, wie sieht die aus? Sag schnell. Es ist nicht der Mörder, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, wo soll ich mich verstecken? Guck, Beweis, Beweis, Elli. Ah, nice, Elli. Ja, nice, dann lass uns doch zusammen, ich kann ja bei dir hier ein bisschen rumlaufen, Donny. Ja, genau, deshalb, äh, ich brauch auf jeden Fall, jemand muss ja auf jeden Fall sagen. Ja. Bist du der Mörder? Nö. Hä? Ich mach nichts für dich. Ich glaub aber, der Mörder, der, der Mörder macht auch gar nichts. Merk ich gerade. Irgendwie nicht, ne? Ne, irgendwie, irgendwie ist er vielleicht FD oder so. Der Mörder hat keinen Bock oder ist er rausgegangen. Ja, ne, auf jeden Fall. Was machst du? Oh, hier liegt jemand. Echt? Ja. Ich bin Maskottchen, also falls mich der Mörder gleich catcht, dann kann ich... Okay, nein, also der, der, der Mörder ist hier, äh, safe irgendwo, aber... Sieg! Die Zeit ist um! Sieg! Wer war denn jetzt der Mörder? Der hat ja gar nichts, äh, gemacht. Ja, wirklich, also das wundert mich jetzt wirklich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht sogar eine Person, die die ganze Zeit mit uns mitgelaufen ist. Ne, doch nicht! Der! Ich seh das nicht. Ah, der stand da. Der hat doch die ganze Zeit den Text geschrieben. Ey, ich hab mir, ich hab noch wirklich gemunkelt, weil der stand da. Okay. Sehr strange. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, vielleicht war er ein bisschen überfordert damit, aber natürlich gut für uns. Denn, Elli, wir haben gewonnen! Ja! Next! Okay, nächste Runde. Ich würde sagen, Factory. Ich muss sagen, Factory ist nämlich eine coole Map, weil, ähm, die schön groß ist, es gibt viele Verstecke. Mhm. Und wenn wir eh schon so viele sind hier, also wir spielen ja, sind ja schon einige Spieler hier grade und da macht's auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß. Die Map ist am Laden. Oh Mann, ich bin unschuldig. Langweilig. Same. Okay. Das heißt, wir müssen uns gut verstecken. Boah, wenn jetzt der Mörder gleich richtig OP ist, dann, pfff. Oder was heißt OP, wenn der Mörder jetzt gleich richtig gut ist, dann haben wir alle verloren. Dann haben wir alle verloren. Wir müssen halt auch herausfinden, wer der Sheriff ist, weil wenn der Sheriff erwischt wird, dann kann man noch die Waffe nehmen und dann können wir das noch retten, Elli, dann können wir den Tag retten. Wir sollen den Tag retten, ja? Meinst du? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich bleib jetzt hier mal stehen, wo ich bin und beobachte jetzt auch immer das Geschehen. Oh. Da! Der Mörder ist da! Hast du ihn? Was? Ja, das ist der. Der hat so einen grauen Roblox-Hoodie an. Oh, cool. Ich hab ein Versteck. Und der hat so Federn auf dem Kopf. Echt? Ja, wirklich. Der hat so Federn auf dem Kopf. Pass auf, der Mörder. Oh nein. Hat er dich? Nein, nein. Der läuft hier rum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich verstecke mich. Ich hab ein Versteck. Elli, der hat einen grauen Roblox-Hoodie an. Ich hab ein Versteck, ich find das gut. Mit dem Roblox-Zeichen drauf. Und, ähm, der hat so Federn auf dem Kopf. Okay. Nein, da ist er! Ich bin versteckt. Ich find mein Versteck gut. Wer ist der Sheriff? Leute, wenn ihr das auch gut findet, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Ich bleib jetzt hier stehen. Ich bin sicher. Ich hab das Gefühl, ich bin hier sicher. Okay, der Mörder ist da, Leute. Schaut euch den mal an. Da ist der. Leute, wo ist der Sheriff? Bist du richtig nahe den Mörder dran? Wo ist der Sheriff, wenn man ihn braucht? Ja, ich seh ihn auf jeden Fall. OMG. Oh, da! Also, ich hab mich verkrümelt. Und hier bleib ich auch. Ich bin doch nicht verrückt. Okay, ich versuch's, ihn ein bisschen zu provozieren, aber auch rauszugehen. Wir müssen rausgehen zu dem Sheriff. Draußen ist der Sheriff. Der Sheriff ist, äh, ich glaub, wer ist der Sheriff nochmal? Ich chill hier. Ah, hier! Sheriff ist, äh, ist das Mädchen mit dem, ähm, mit der blauen Pistole? Da, 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 oh nein! Sieg! Yay! Ich wusste es. Boah, nice! Boah, richtig gut. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Elli. Schon wieder. Yay! Zweiter Hunde. Aha! Hui! Nice! Ah, Federn? Das ist so eine Krone. Ah, okay. Federn. Du bist auch so eine Feder. Ja, hallo, ich war voller Adrenalin. Ich wollte nicht erwischt werden. Und, äh, nehmen wir Menschen zwei hier. So, okay, und? Oh nein, schon wieder Unschuld. Schon wieder? Ja, und du auch? Nein, du nicht. Das heißt, du hast gesagt, äh, schon wieder. Was? Was bist du, Elli? Ja, schon wieder. Das ist schon der Mörder. Wieso war ich eben der Mörder? Das musst du doch wissen. Nein, aber, äh... Nein, der Mörder ist hier! Der Mörder ist da! Elli, weg da! Der ist da, pass auf. Das ist der, der komplett weiß ist. Hä? Sieg! Hä? Wie schnell ist das denn? Wie schnell ging das? Da! Ja, äh, der Mörder ist doch mit dem Messer hier rumgelaufen. Schau mal hier. Nice! In den komplett weißen Klamotten. Lol! Ja, selbst schuld, ne? Oh, und der war diesmal der Sheriff. Oh, das war gut. Ja, der ist die ganze Zeit mit dem Messer rumgelaufen. Das war, äh... Jaja, sehr, sehr dankbar für uns, muss ich sagen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen, äh, Biolab jetzt. Okay. Biolab. I follow you. Die Runden ging bis jetzt echt super schnell, ne? Mhm. Ja, genau. Also, ähm... Krass. Ja, genau. Schon wieder unschuldig. Same. Okay, aber dafür habe ich jetzt eine 10-prozentige Chance, äh, Mörder zu werden. Man ist sofort so panisch, wenn man hier so ein paar... Nein! Was? Der Mörder hatte mich erwischt. Man. Okay, gut, dann schaue ich nochmal... Boah, der Mörder ist richtig gut. Das ist die mit dem, äh, grünen Ghetto Blaster auf dem Rücken. Boah, die hat auch, glaube ich... Nee. Ah, okay, ich bin jetzt auch dran. Ich bin jetzt auch weg vom Fenster. Und gucke jetzt hier mal zu. Ah, nee, gar nicht. Mörder ist hier. Die mit dem, ähm... Ja, die... Die vor dem Sheriff war mit der weißen Cap. Und mit der Axt in der Hand. Boah, die kann auch schneller laufen. Lol. Okay. Okay. Das meinte ich. Wenn wir dann irgendwann so einen, ähm, Mörder hier haben, dann Game Over. Aber die jagt gerade den Sheriff. Boah, schau mal, wie die sich da versteckt eigentlich. Lol. Gar nicht mal so... Gar nicht mal so doof, ne? Nee. Also richtig gut, Leute. Wir sehen hier... Wir sehen hier... Wir schauen hier gerade einen... Einen Profi zu, glaube ich. Warum steht der Mörder dann vor der Wand? Ja, damit sie vielleicht nicht gesehen wird. Tööö. Keine Ahnung. Die eine steht dann oben bewegt sich gar nicht mehr. Okay, krass. Ja, genau. Also, kein Plan. Nein. Boah, richtig gut. Yes! Geschafft! Nein! Boah! Leute, Leute, das war richtig spannend, ja. Das war ein richtig gutes Match. Oh Gott. Und ich würde sagen... Boah, heftig. Krass. Heftig gut. Heftig gut, ja. Ja, Mann. Aber du hast deinen Job auch gut gemacht als Sheriff. Dankeschön, Dankeschön. Und, ähm... Ja, Leute, ich würde sagen, so beenden wir doch das Video, oder? Mit einem Sieg. Ja, das würde ich auch sagen. Genau, perfekt. Und, äh, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abonnen, den Kanal aktiviert die Glocke. Und wenn ihr mehr Mörder-Mystery sehen wollt, schreibt's gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, Elli, wann sehen wir uns dann? Beim nächsten Mal. So sieht's aus. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao.